Willkommen beim Wollplatz. Jetzt zeigen wir Ihnen das Abnehmen. Auf diese Weise verringern wir die Anzahl der Maschen. Abnehmen ist eigentlich Maschen zusammen häkeln. Wir stechen in die Masche, holen den Faden, beenden diese Masche jedoch nicht, sondern stechen in die nächste Masche, holen auch da den Faden und häkeln die drei Schlingen, die auf der Nadel sind, auf einmal. So haben wir von zwei Maschen eine Masche gemacht. Also wir stechen in die Masche, holen den Faden, stechen dann in die nächste Masche, holen auch hier den Faden und häkeln die drei Schlingen zusammen. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Häkeln. Häkeln Sie sich etwas Hübsches. Auf YouTube finden Sie noch mehr Filme von uns. Sie können auch ein Abonnement nehmen für unsere Newsletter und werfen Sie auch mal einen Blick in unseren Blog. Beisposed dann ins Wann? Wann.